Frau Weißer, das Motto Ihrer UBS-Umfrage lautet 80 ist das neue 60. Welche Herausforderungen bringt eine höhere Lebenserwartung von 80 plus im Bereich der Vorsorge mit sich? Ja, wir wissen alle, dass die Lebenserwartung der Schweizerinnen und Schweizer stetig ansteigt. Wir haben jetzt mit einer Lebenserwartung von 82,8 Jahren sogar die höchste Lebenserwartung der Welt. Das bedeutet aber, dass bei einem gleichen Rentenalter wir immer länger Rente beziehen. In den 1950er Jahren waren es noch 13 Jahre Rente, die wir im Durchschnitt bezogen haben. Heute beziehen wir über 20 Jahre Rente im Durchschnitt und diese muss finanziert werden. Die Frage ist, wie kann man sie finanzieren? Entweder man muss mehr ansparen oder alternativ, wir müssen sagen, wir sind bereit, länger zu arbeiten oder eine niedrigere Rente hinzunehmen. Was ist den Schweizerinnen und Schweizern bei der Vorsorge besonders wichtig? Sicherheit ist den Schweizerinnen und Schweizern bei der Vorsorge sicherlich ein sehr wichtiges Thema. Das heißt aber, dass sie privat zusätzlich sparen müssen, denn die erste und zweite Säulen unseres Vorsorgesystems, die schrumpfen. Die erste Säule, weil es im Umlageverfahren finanziert ist und weniger junge nachkommen, um das finanzieren zu können, um bezahlen zu können. In der zweiten Säule erwarten wir sinkende Umwandlungssätze und daher ist die private Vorsorge zunehmend wichtiger. Sie haben es schon angesprochen, wo liegen denn die finanziellen Risiken bei den Pensionskassen, wenn die Lebenserwartung weiter steigt? Wir sehen, dass schon heute die Umwandlungssätze, die verwendet werden, um die Höhe der Renten zu berechnen, zu hoch sind. Wir können im Normalfall sehen, dass das Geld, was zurückgelegt wurde, um diese Renten zu bezahlen, nicht ausreicht. Und das bedeutet, dass die Pensionskassen die Renditen der Erwerbstätigen nutzen müssen, um die Renten der heute Pensionierten zu bezahlen. Und das führt langfristig natürlich zu niedrigeren Renten bei den heute Erwerbstätigen. Ich denke, es sind zwei wesentliche Risiken, die man gerade bei der zweiten Säule, also bei der Pensionskasse hat. Das eine ist die Inflation. Die Rente soll ja für 20, 30 Jahre oder noch länger halten. Wenn man aber Inflation hat, und da kann man nicht ausschliessen, dass die früher oder später wieder ansteigt, dann ist es ja so, dass sehr viele Pensionskassen keinen automatischen Teuerungsausgleich vorsehen. Und dann kann die Kaufkraft der Rente über Zeit doch deutlich fallen. Das kann bis zu 40 Prozent Kaufkraftverlust bedeuten, wenn wir über längere Zeit 2 Prozent Inflation hätten. In Ihrer Umfrage wurden die meisten Fragen zur Säule 3a gestellt. Warum herrscht denn dort so ein großer Wissensbedarf? Die Säule 3a ist ja die freiwillige Vorsorge. Und das bedeutet, dass es weniger gesetzliche Klarheit gibt, was da gemacht werden muss und was da gemacht werden sollte. Und daher entstehen zusätzliche Fragen. Wenn etwas obligatorisch ist, dann ist es klar, jeder muss es machen. Bei der Säule 3a fragt man sich, macht das Sinn? Sollte ich das machen? Wir würden sagen, häufig lohnt es sich zusätzlich zu sparen, ob in der Säule 3a oder als private. Vielleicht noch zu den Immobilien. Warum taugen die aktuell nicht besonders gut zur Altersvorsorge? Immobilien haben heute natürlich die Eigenschaft, dass die Preise sehr stark gestiegen sind. Und die werden ja auch sehr oft dann fremd finanziert, also mit Schulden noch finanziert, sodass also ein kleiner Anteil Eigenkapital ist, das man in dieser Immobilie drin hat. Wir können nicht ausschliessen, dass die Preise für Immobilien über Zeit wieder fallen werden. Und dann könnte es durchaus sein, dass jemand, der jetzt in Immobilien investiert, einen wesentlichen Teil seines Kapitals verliert. Abgesehen davon, dass natürlich eine Immobilie immer ein recht hohes Klumpenrisiko beinhaltet. Also wer mit Immobilienvorsorgeersparnis tätigen will, der sollte schauen, dass er sich nicht nur auf die Immobilie verlässt, sondern dass er zumindest dann eben auch etwas weitere, noch frei verfügbare Mittel hat, wo er diversifiziert investieren kann. Müeen Müeen Müme